nächste runde bb auch geil zweimal b freunde gar nix und auf einmal zweimal welches wird jetzt wohl entscheidend werden genau das gegenteilige nicht bei der karte so wo wieso ist er in zehn Jahren war es niemals 20 alec ja noch mehr eigentlich so schauen wir mal was man diesmal rausholen können ich denke mal mal der letzten platz wird es wohl diesmal nicht werden aber muss auch sagen das fällt der spieler stark diesmal das ist eine sehr schöne gefällt mir gar nicht ich bin nach strecke dann siehst du dich von vorne ne drücke ich gerade nicht ich muss fahren ich auch aber ich betrachte meine achten gerne er riecht sich gerade ziemlich auf weil ich letzter bin er hat mir gerade geholfen das ist ja noch nicht alle tage abend ich habe nur alle vor mir so sieh ja Also irgendwie kommt mir die Musik vom Spiel zu laut war, ich muss dann mal runter machen. Ich habe noch nicht mal Musik an im Spiel. Ich habe immer hingeben Musik an, weil es erstens mal die Leute sehen, dass es auch eine gute Musik dabei ist. Und da es ja Dubstep ist, ist es ja schon mal nicht schlecht. Mein Gott, mach doch mal hin hier. Ach nee, wer ist denn da vor mir? Nein, ich wurde da nach hinten gedrängt. Kann man auch erzählen. Du musst mir ja nicht glauben. Mach ich eh nie. Ah, da sammelt inner sein Nitro. Bis zum nächsten Mal. Ja, allzus. Da sind dann tatsächlich mehr glucose. auch schwer die letzte runde es geht ja mal gar nicht die karte trifft ganz schöne gefällt mir hart über stock und stein musst du fahren alter und jetzt hat die karre so richtig gab es abgedriftet da und schiebt mich genau auf den siebten ich werde jetzt gleich das ziel da bar G's gas, g's 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 g'sg'sg'sg'sg'sg wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw was hab ich denn jetzt? sechst... naja fünfter endless noch vorbei gezogen Sud Ведь reaching around 3 Es sind nur noch 7